Fortbildungskosten Fortbildung, technische Organisation, das sind Faktoren, die Sie nicht wahrnehmen. Aber Sie würden sofort merken, wenn es da hakt. Ihr Seminar soll Sie auf den neuesten Wissensstand bringen, mit entsprechenden Lehrmethoden. Ständiger Austausch und Weiterentwicklung sind die Grundlage. Seminarverpflegung ist oft nicht gerade ein Highlight, aber ohne geht es nicht. Beim Webinar trinken Sie Ihren Kaffee zu Hause oder im Büro. Was man schwarz auf weiß besitzt, kann man getrost nach Hause tragen. Altes Sprichwort, aber hochaktuell für gute Seminarvorbereitung und für die eigene Nacharbeit. Angemietete Seminarräume in Tagungsstätten oder Hotels sind ein Kostenfaktor, der häufig unterschätzt wird. Tatsächlich ist das ein großer Teil Ihrer Seminarkosten. Beim Webinar fällt er völlig weg. Qualifizierte Dozenten sind das Wichtigste überhaupt. Da Webinare keinen Verpflegungsaufwand und keine Raumkosten haben, können hochwertige Dozenten eingesetzt werden. Und unsere Kunden profitieren ebenfalls von diesem Kostenvorteil. Indirekte Kosten werden nicht mit Ihrer Seminarrechnung beglichen. Sie fallen aber trotzdem an. Das versteht sich von selbst. Ohne Spritkosten, Bahn- oder Flugticket kommen Sie nicht zum Tagungsort. Ihr Webinar holen Sie sich da ab, wo Sie gerade sind. Im Büro, zu Hause. Wenn Sie im Gartenhäuschen WLAN haben, geht das auch. Hotelkosten oder Unterbringung in der Tagungsstätte, das müssen Sie zahlen. Aber nicht beim Webinar. Egal, ob Ihre Verpflegung über die Tagungsstätte abgerechnet wird oder Sie sich selbst versorgen müssen, dieser Kostenfaktor landet bei Ihnen. Beim Webinar entfällt er ganz. Herkömmliche Seminare nehmen Zeit weg. Viel mehr als die eigentliche Kurszeit. Denken Sie an die Anfahrt und an Lehrlaufzeiten. Ihre Arbeit bleibt also liegen. Beim Webinar klinken Sie sich nur für die direkten Kursstunden aus und können anschließend sofort zu Ihren Aufgaben zurückkehren. Wir machen das mal an einem Beispiel konkret. Das spricht für sich selbst. Übrigens hat sich gezeigt, dass die Webinar-Methode nicht nur Zeit und Geld spart, sondern oft effizienter ist, weil sie ein intensiveres Lernumfeld bereitstellt. Und wenn Sie den Kostenfaktor bedenken, sind Webinare eine hochinteressante Alternative. Sprechen Sie uns an. Wir liefern nicht von der Stange, sondern nach Maß. Denken Sie uns aber nicht nur zuigen. Und jetzt wieder von der增�ante, reing in der Stange laundomieren. Ausgleich